Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Batman Arkham Knight. Wir haben ja die Story-Mission schon durch und Co. Uiuiuiui. Ah ja genau, Nightfall-Protokoll wollen wir initiieren müssen, dafür die Straßen säubern und eigentlich habe ich heute vor, ein Riddler-Rätsel mal am Bahnhof zu lösen. Allerdings bietet sich das hier irgendwie gerade an. Und darum, nehmen wir das auch gleich mit. Ich dachte, ich hätte hier aber einen Sanitäter noch gesehen, einen Sanitäter. Vielleicht habe ich mich geiert. Ja gut. Ich kenne mich aus mit Verhören. Ich hatte da ein paar Jobs in Hasaragua mit so einem Typen namens Barrera, der wusste, wie man Leute zu reden bringt. Ich würde hier gerne mit Angst rein, aber ich habe gerade keine Idee, wie ich das machen könnte. Ich behaupte, wenn ich jetzt hier einfach runterjumpe... Saubere Mission sagten Sie, Fabrik hochjagen, untertauchen... Ah egal, Action! Okay, erstmal die Kleinen wegmachen. Dann kann ich mit den Großen weitermachen. So. Okay, den Pieper... Den habe ich schon. Der schmeißt schon wieder mit Leichen, der Sack. Uiuiuiuiuiui. Die Großen, die sind aber echt heftig. Und weg mit dir, du kleiner, dummer, dicker Sack. Irgendwie klappt die Kombi nicht immer. Ich weiß nicht warum, aber spielt keine Rolle. Ist gelöst. Da hinten piepst einer. Den nehmen wir natürlich mit. Ich meine, der Stützpunkt, der war gerade zu verlockend, als ihn nicht mitzunehmen. Der war gerade neben mir. Und weg damit. Drei Checkpoints sind noch übrig. Ich werde sie alle ausschalten. Die Besatzung hängt am seidenen Faden, Sir. Man wirst du mich sicher beeindrucken können, Batman. Gib nicht auf. So. Aber jetzt... Will ich wirklich zu dem Riddler-Wrestle. Eine Herausforderung im Cauldron Bahnhof? Also gut, Nigma. Ich spiele deine Spielchen. Und werde gewinnen. Selinas Leben hängt davon ab. Ich meine mal, wir haben ja hier schon so ein paar kleinere Riddler-Rätsel so am Rande mal gemacht. Allerdings noch nichts wirklich Großes. Und Catwoman hat ja immer noch das Bombenhalsband um. Und das ist irgendwie uncool. Das müssen wir jetzt echt mal fixen. Vielleicht dürfen wir ja dann auch mal mit dem Kätzchen spielen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es ist noch nicht zu spät, beinzutreten. Der Pinguin sucht immer nach neuen Rekruten. Die Bezahlung soll auch nicht schlecht sein. Der Pinguin sucht nach neuen Rekruten. Wie macht er das denn? Er ist doch im Knast. Das war einmal komplett in die Botanik verwickelt. Okay, machen wir hier erstmal sauber. Okay, hier ist auch noch eine Bombe. Schön zu wissen. Nein, 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 nein. Das machen wir jetzt nicht. So, kann ich da mit dem Auto rein? Ja, da kann ich mit dem Auto rein. Ah, Detektiv, da bist du ja. Ich dachte mir, dass dich Catwomans kleine Zwangslage zur Teilnahme bewegen. Ich dachte eigentlich, dass ein so in Bildnisse verliebter Narzisst, der sich Pflegermaus-Radkappen zulegt, niemals freiwillig dieser Demütigung aussetzen würde, die ich parat habe. Doch du bist hier, Detektiv. Deine Demütigung wartet unten auf dich. Super. Eine Demütigung für uns. Nice. So. Das schaut mal abgefahren aus. Na dann, Detektiv. Es geht los. Du starrst mit entsetztem Unverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dummer Retter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Die erste Regel. Du darfst mich nur ansprechen mit Riddler, der Riddler oder Mr. Nigma-Sir. Ansonsten, Detektiv, erwarte ich dein attentiertes, mürrisches Schwein. Zweite Regel. Alle Panzerhandschuhe, in der Maske integrierte Mikrofone und andere Kommunikationsgeräte aus deiner Mache oder nicht, müssen vor Beginn der Prüfung deaktiviert werden. Wirst du dabei erwischt, wie du sie benutzt, wirst du von der Strecke ausgeschlossen. Dritte Regel. Der Einsatz von zweckmäßig erbauter, rätsellösender Ausrüstung ist streng verboten. Mit dem Inhalt deines Kürtels bin ich mehr als vertraut, Detektiv. Und ich werde jede plötzlich auftretende Änderung im Laufe des Abends misstrauisch verfolgen. Vierter Regel. Im Falle eines Feuers oder einer Überflutung werde ich dich zum nächsten Notausgang führen. Vorausgesetzt, du bist nicht zu stolz, meinem Rat zu folgen. Falls doch, so wird ein stolz, sturer Selbstmord als Eingeständnis eine Niederlage gewährt. Fünfte Regel. Frage nicht nach es. Sechste Regel. Sollte ich dir in meiner Verzweiflung doch einen Tipp, Hinweis, eine bedeutungsvolle Beleidigung oder eine andere Form von Hilfe zukommen lassen, wirst du nicht nach weiteren Erklärungen fragen, sondern mir für meine Großzügigkeit danken. Unter Beachtung der Anredeformen, die in Regel 1 dargelegt wurden. Siebte Regel. Pinkelpausen werden bei Bedarf selbstverständlich gewehrt. Sollten wir uns in einem Schlüsselmoment einer beschwerlichen Reise der Selbstverwirklichung und Niederlage wiederfinden, erwarte ich von dir, dass du es unterdrückst. Achte Regel. Jedwede Unfälle, die aus meiner strikten Durchsetzung der siebten Regel resultieren, werden als dein eigenes Verschulden betrachtet. Neunte Regel. Auf meinen Wunsch musst du die ganze Liste an Regeln jederzeit aufzählen können, abermals unter Berücksichtigung der von mir in Regel 1 festgelegten Anredeformen. Zehnte Regel. Ich, der Riddler-Riddler-Mr. Nigma-Sir, behalte mir das Recht vor, weitere Regeln zu ergänzen, sollte dies nötig sein. Ja, ich weiß, was du denkst, Detektiv. Mr. Nigma-Sir weiß, wie man sorgfältig eine tolle Zeit plant. Jedenfalls, Detektiv, bin ich es langsam leid, dass deine Dummheit mich zwingt, dir die Grundlagen auf diese Art deutlich zu machen. Hier ist der Code, auf den du gewartet hast. Mal sehen, wie lange es dauert, bis du weißt, wie man ihn benutzt. Boah, ich dachte schon, der hält gar nicht mehr die Fresse. Was? Du hast das erste Rätsel des Abends gelöst? Gut gemacht, gut gemacht. Okay, Finish. Willkommen auf meiner Rittstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse, diese Herausforderung beenden. Und jeder Einzelne hat ein Zeitlimit. Okay. Na los, Detektiv. Testen wir doch mal dieses groteske Ego-Mobil. Mach dich bereit, Detektiv. Dieser Test kann das mehr als bloß schnell vumm, vumm, zu machen. Okay. Finde ich jetzt schon irgendwie uncool. Ja, finde ich definitiv uncool. Ich hasse Erinnern. Okay. Uncool. Mäh. Mäh. Uijui. Jujujujuj. Alter Schwede. Alter Schwede. Leute, 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 Leute. Oh, Riddler, ich hasse dich. Oh, Riddler, halt's den Maul. Oh, Leute, 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 Leute. Ja, hat's. Meine Fresse. Wenn ich jetzt noch mal explodier. Ey, wie oft muss ich das denn noch machen? Oh, Leute. Oh, Leute. Ja. Uncool. Oh, du inkompetenter Rennfahrer. Echt uncool, Leute. Komm schon, Detektiv. Die Zeitbahn rauskriegen. Und ich harte nicht auf Batman. Du hast wohl verloren. Kannst du nicht gleichzeitig fahren und denken, Batman? Oh, meine Fresse. So aufgeblasen, dass du doch eine Runde versuchst. Ja, klar, versuchst du noch eine Runde. Dann gib dich zum Start des Perkurs. Echt uncool. Schneller Batman, wie Hermes. Oder wenn du willst, den Römer stand abklatschen. Merkur. Echt uncool, Leute. Echt uncool, Leute. Echt uncool. Ey, Leute. Ich hab so keinen Bock mehr auf den Scheiß. Sie ist deutlich kostbarer als deine. Ruhig gut, dunkler Ritter. Das Leiden ist vorbei. Wirklich zu schade, dass es die Physik nicht zulässt, meine außergewöhnlichen Designs zu testen. Nun denn, Detektiv. Hüpfe auf die Druckplatte neben mir. Druckplatte neben dir. Hör gut zu, dunkler Ritter. Das Leben deiner Freundin hängt davon ab. Im Weißen Haus ist eine Reihe Glasschränke vor Catwoman aufgetaucht. Das stimmt doch, oder, mein Schatz? Ich seh sie, Eddie. Okay. Ich seh ein grünes Licht. Gut. In einem dieser Schränke steckt der erste Schlüssel. In den anderen weniger nützliche Schlüssel, die den einfältigen Inhalt deines Schädels an die Wände des Waisenhauses verteilen werden. Diese Aufgabe, Detektiv, ist einfach. Finde heraus, welchen Schrank Catwoman öffnen muss. Liegt nur nicht falsch. Okay. Ich schätze mal, das ist angerichtet wie die... Sind das hinten drei? Ja, das sind hinten drei. Das ist easy. Wenn man es aus der Sicht betrachtet, sieht man unten zwei, in der Mitte einen grünen Schlüssel, zwei grüne Schlüssel. Das ist der hier. Okay, Batman, mal sehen, ob du wirklich so schlau bist. Eins erledigt. Sehr gut, ihr beiden. Ihr habt den ersten Schlüssel. Ähm, erwartet aber nicht, dass ihr euch noch viel mehr aneignen werdet. Viel mehr aneignen werdet. Was für ein Arsch. Echt uncool. Darf ich jetzt wieder raus? Danke. Dachtest du wirklich, dass eine Herausforderung von mir, dem Riddler, so einfach wäre? Oh, Dr. Ritter, du goldiger, naiver Gutmensch. Natürlich nicht. Aber jetzt habe ich hunderte Terabyte an Leistungsdaten über den neuesten Raketenleichenwagen, den du gerade fährst. Auf dieser Grundlage habe ich in Chinatown etwas vorbereitet, das von dir weniger geballte Fäuste und mehr zerknirschtes Stirnrunzeln verlangt. Also verein dich, sonst ist nicht die Neugier der Katze tot. Der Katze tot. Oh, dieser Riddler, der labert zu viel, Leute. Ernsthaft. So ein Laberfrosch. Solange ich keine Renn fahren muss, ist das alles echt, echt chillig. Kein Problem. Aber ich kann ums Verrecken mit Aufnahme und Batmobile, das läuft einfach nicht. So. Spielt aber keine Rolle. Das war das erste Rätsel. Wir werden Catwoman auf jeden Fall auch noch retten. Aber ich denke auch, dass ich das jetzt so nach und nach werde ich die Riddler-Rätsel lösen. Ich hoffe, da sind mal ein paar, wo man ein bisschen nachdenken muss und nicht mit dem Batmobile rumcruisen muss. Entschuldigung. Und dementsprechend hoffe ich, dass es euch nichtsdestotrotz Spaß gemacht hat. Bewertet das Video, schreibt mir Kommentare, ob ihr da auch so rumgeeiert habt. Wahrscheinlich nicht. Und abonniert meinen Kanal, falls es noch nicht passiert ist. Würde mich megamäßig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.